Wir als Zuger Kantonalbank müssen innovativ sein und das Thema Konto neu denken. Mein Vorschlag? Wir entwickeln ein Konto, das 100% digital ist. Nie mehr unnötige Posten der Bank. Nie mehr Bankbesuche für eine Kontoeröffnung. Generell nie mehr Banktermin. Denn eine Bank habe ich jetzt immer bei dir. In deinen Hosen. Auf deinem Nachttäschchen. In deiner Hand. Wir kreieren ein Konto für moderne, unkomplizierte Smartphone-Minimalisten. Die aber trotzdem nicht auf Mobile Banking, E-Banking, Debitkarten, Twins und im Notfall auch auf den persönlichen Service verzichten. Und das Beste? Das Konto ist natürlich kostenlos. Fix. 100% digital, 0 Franken Kontogebühren. Fix. Das neue Konto der Zuger Kantonalbank.